Ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei euch, besonders auch bei Lukas und Wolfgang Nessvogel, dass ich heute hier sein darf. Und an erster Stelle möchte ich mich bedanken bei meinem Herrn Jesus Christus, der so viel Gnade in mein Leben hineingelegt hat, dass man nur staunen kann. Und dieses Thema, die Kraft des Evangeliums stärker als Gitter und Ghettos, das Thema bewegt mich ganz tief im Herzen, weil ich seit über 25 Jahren mittlerweile in den Gefängnissen unterwegs bin. Ich werde uns nachher mit Gottes Hilfe noch einiges dazu sagen. Ich könnte den ganzen Abend füllen mit Geschichten und Erlebnissen, das würde den zeitlichen Rahmen sicherlich sprengen, deswegen muss ich darauf aufpassen, deswegen diese kleine Uhr, die mir hilft, dass ich nicht mich vergaloppiere. Generell möchte ich am Anfang diesen einen Vers nochmal so deutlich vorlesen. Jeremia 23,29 Mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Da steht nicht meine Show, meine Räumlichkeit, mein Lobpreis, nein, sein Wort. Und das möchte ich euch gleich am Anfang so ins Herz reinreden. Die größte Waffe im geistlichen Kampf ist das Wort Gottes und das Gebet. Und wenn das nicht da ist, dann kann man viel Show machen. Aber es wird kein Leben verändern. Was ist eigentlich unser Auftrag? Und ich glaube, dass wir uns das bewusst machen. Ich möchte etwas sagen über das Evangelium. Wir haben das schon vorhin gehört in Markus Evangelium Kapitel 16 Vers 15. Da steht, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Und wisst ihr, was wichtig ist, dass wir da richtig lesen, ja, in die ganze Welt und die ganze Welt, die hört nicht in Hannover auf, ja, und auch nicht in Hamburg, sondern, dass wir diesen Missionsbefehl uns bewusst machen und der ganzen Schöpfung das Evangelium verkünden, überall wo wir sind. Und ich weiß nicht, wo du momentan unterwegs bist, studierst du noch an der Uni, gehst du zur Schule, bist du im Berufsleben, wo auch immer du bist, das gilt dir. Du sagst, ach, das ist ja der, der stimmt, der Bruder Markus aus Brasilien, der Missionar, den wollen wir mal beten. Ja, für den kannst du auch beten, aber du sollst an dem Ort, wo du bist, an der Uni, in deiner Nachbarschaft, in deinen grauen Alltag, sollst du das Evangelium nicht nur verkünden, sondern leben. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, dein Erlöser lebt, oder? Wir haben keinen Totengott, wir haben einen lebendigen Gott, Jesus lebt, das kann ich wirklich nur so bezeugen und ich hoffe, dass wir das dann auch bezeugen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Ist doch verrückt, oder? Wir sind unterwegs in unserem Leben, wir können mit Menschen über allen Unfug reden, aber wie wenig reden wir über die wichtigen Dinge. Wann hast du das letzte Mal mit deinen Nachbarn oder mit deinen Studienkollegen gesprochen, was passiert, wenn du sterbst? Wo gehst du eines Tages hin? Kennst du Jesus? Eine zweite wichtige Sache. Gott liebt diese Welt. Der Zentralfest der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott liebt jeden Menschen so, als wäre er der Einzige der Welt. Geben wir als Christen den Menschen diese Botschaft so weiter. Kannst du nachts in Ruhe schlafen, wenn du weißt, dass in deiner Familie noch so viele Menschen auf dem Weg in die ewige Nacht sind? Kannst du mit ruhigem Gewissen deinen Nachbarn in die Augen schauen, wenn du ihm noch nie gesagt hast, dass er ohne Jesus verloren geht? Hast du ihn, deinen Nachbarn oder deinen Arbeitskollegen, schon mal eingeladen? Menschen laden Leute zu Festen ein, wo es heiß hergeht. Da haben die kein Problem, da machen die Flyers und Werbung und so. Und die manchen Christen, die sind so wie so kleine Mäuse. Piep, 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 wir haben euch lieb, aber wir sollten nicht rumpiepsen. Wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Es gibt keine Botschaft, die mit dem Evangelium zu vergleichen ist. Ich stelle mir manchmal die Frage, warum predigen wir das so wenig? Und jetzt müssen wir das uns sagen lassen. Ich glaube, weil wir selbst nicht so richtig Feuer und Flamme für Jesus sind, oder? Darf ich dir heute Abend eine Frage stellen? Liebst du Jesus von ganzem Herzen? Ist er dein Alles? Ist es so, dass du dich nicht genug satt sehen kannst an ihm, indem du dein Wort liest, indem du sagst, Herr, das ist großartig, dass ich mit dir leben darf? Ich glaube, dass unsere Mitmenschen uns die Botschaft erst dann abnehmen, wenn sie merken, der ist ja Feuer und Flamme für das, was er sagt. Hast du schon mal gesehen, wenn Leute, so Fußballfanatiker, wenn die über so ein Endspiel reden, die Augen leuchten, die Uhr, die haben die gar nicht im Visier. Wenn dich eine Sache packt, dann brennst du dafür. Bist du und ich auch so, wenn es um Jesus geht, dass wir nicht aufzuhalten sind? Ein weiterer Punkt. Gott ist ständig auf der Suche nach dem Menschen. Das erste Versteckspiel fand nach dem Sündenfall statt und der erste, der suchen ging, war Gott. Gott sucht dich. Das müssen wir den Menschen sagen. Gott ist auf der Suche. Wenn du dich bekehrt hast, dann war das nicht dein Verdienst. In der Bibel steht, dass niemand zu Jesus kann, es sei der Vater zieht ihn. Es ist die Gnade Gottes, die die Vorgrundlegung der Welt im Blick hatte. Kannst du das verstehen? Ich kann nur staunen und kann sagen, stimmt das? Das kann ich überhaupt nicht kapieren. Sag Gott, du hast nichts als Einzige, was du nicht kapierst. Mein Junge, bleib mal ganz entspannt. Ich bin allmächtig. Aber es ist trotzdem wahr. Nicht der Mensch ist es, der Gott sucht. Er sucht dich. Im ersten Mose 3, 9, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Wisst ihr, was mich ganz tief bewegt hat, dieses Wort? Wann rufst du nach jemandem? Wenn er dir wichtig ist, oder? Du rufst nach jemandem, wenn dich etwas packt. Ich ruf nach jemandem, wenn ich ihn vielleicht warnen will, oder wenn ich ihn zeigen will, das musst du jetzt hören, was ich dir sage. Das darfst du nicht überhören. Ich glaube, wenn wir ein Stück weit hinein blicken, heute Abend, in dieses lebende, werdende Herz Gottes, dann hoffe ich, dass es unser Herz wieder anbrennt. Ich habe vor nichts mehr Angst, als vor ein Christsein, das sich auf alte Situationen ausruht. Ich möchte euch eine kurze Geschichte dazu sagen. Mein alter Glaubensbruder, viel erlebt mit Jesus und jemand kommt neu bekehrt und erzählt ihm, was er erlebt hat. Feuer und Flamme für Jesus. Der Alte steht auf und sagt, ich komme gleich wieder, mein Junge. Geht auf den Dachboden, kommt zurück, macht eine Schachtel auf. Onkel, was ist passiert? Was ist denn? Haben die Mäuse aufgefressen? Was denn? Er hatte sich alles notiert, was er mit Jesus erlebt hat. Und über die Jahre haben es die Mäuse aufgefressen. Lach nicht über diesen alten Bruder, vielleicht ist das dein Zustand. Vielleicht kannst du sagen, ja, letztes Jahr noch, da war mein Leben richtig mit Jesus. Da konnte ich nicht genügend bekommen vom Bibel lesen, von der Gebetszeit, vom Dienst führen. Und heute, ja, ich bin noch Christ, ja, ich glaube an die Bibel, ja, ich glaube, aber vielleicht ist dein geistiges Leben ein wenig eingeschlafen. Lieber Bruder, liebe Schwester, warte nicht bis morgen. Heute Abend kann dein Tag sein, in dem du sagst, Herr, ich möchte da wieder zurück. Ich möchte wieder ganz neu in deiner Nähe. Ich möchte wieder ganz neu mit dir leben. Jesus schenkt, dass es wieder so war, wie es am Anfang war, wo ich nicht genug bekommen konnte von all den geistlichen Dingen. Das ist mein Wunsch für jeden von euch und auch für mich. Wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über das Evangelium nachdenken wollen. Jesus hatte nie mit Sündern Probleme, aber mit religiösen Menschen. Ihr kennt die Geschichte in Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Als Jesus weiterging, ja, und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus hieß, er sagte zu ihm, komm, folge mir. Matthäus stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast, aber viele Zolleinnehmer und ähnliche Sünder waren ebenfalls zu dem Essen gekommen, um mit Jesus und seinen Jüngern zusammen zu sein. Das sahen einige Pharisäer und sagten zu seinen Jüngern, wie kann euer Lehrer sich nur mit Zöllnern und Sündern an den Tisch setzen? Jesus hörte es und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt darüber nach, was das bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Bruder, Schwester, hast du vergessen, dass du ein elender Sünder bist. Vergess nie, wo du herkommst. Und wenn der Herr dich von bestimmten Dingen freigemacht hat, war das dein Verdienst? Es war doch seine Gnade, oder? Ich glaube, das ist so wichtig. Manchmal sind wir Christen so überheblich geworden. Das würde mich nie passieren, das würde mir nie passieren, dass das passiert. Wenn du so redest, dann kennst du dich überhaupt nicht. Die Bibel sagt, dass dein und mein Herz abgrundtief schlecht ist. Wir sind zu allem fähig. Und ich sage dir eins, wenn du glaubst, dass du bestimmten Sünden nicht tust, dann überschätzt du dich. Es ist die Gnade des Herrn allein, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr machen müssen. Und dafür sollten wir jeden Tag auf den Knien danken. Ich werde nachher etwas über mein Leben sagen. Kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuvollziehen, was er selbst nie erlebt hat. Deshalb urteile ihn nie über andere von oben herab. Ich durfte, ich bin noch nicht so alt, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Es geht auch nicht um mich. Ich werde jetzt 52. Wenn man 25 Jahre in der Seelsorge, in den Gefängnissen unterwegs ist, dann guckt man in ganz viele Abgründe rein. Ich habe in so viele Herzen mit Gottes Hilfe reinblicken dürfen, wo ich dachte, das kann nicht sein. und ich weiß nur eins, dass wir alle erbärmliche Sünder sind und dass Gott ein Herz für uns hat und das ist unser großes Glück. Manchmal kann eine Situation einen Menschen völlig aus der Bahn werfen. Ich habe Leute kennengelernt, im Gefängnis, die waren vielleicht auch früher wie ihr, ganz nette Menschen, unter Gottes Wort und dann ist Not in ihr Leben reingekommen und sie sind völlig weggebrochen. Bevor du das nächste Mal jemandem merkwürdig über ihn denkst, bleib mal eine Sekunde ruhig und denk mal darüber nach. Vielleicht gab es auch Gründe, warum dieser Mensch so am Abgrund hier liegt. Unser Zeugendienst. Ich glaube, dass es wichtig ist. In Matthäus 9, 36 da steht, und als er aber die Volksmenge sah, der Herr Jesus, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe mir mal so ein paar andere Übersetzungen angeguckt. Das ist die Schlachterübersetzung. Ermattet und vernachlässigt. Die NGU sagt, sie waren erschöpft und hilflos. Luther sagt, sie waren geängstigt und zerstreut und Menge. Das fand ich besonders zu Herzen gehend. Sie waren abgehetzt und verwahrlost. Wir sind auch oft auf der Straße bei Leuten, die es nicht geschafft haben im Leben. Wenn ich manchmal durch die Straßen dort gehe und wir den Leuten Nahrungsmittel geben und andere Dinge und mit ihnen beten, dann blutet mein Herz, weil ich sehe Menschen, die eigentlich nicht leben, sie vegetieren, sie werden gelebt von der Sünde, und sie liegen dort manchmal in ihren eigenen Erbrochenen wie Tiere und ich denke mir manchmal, was könnte der Herr Jesus aus so einem Leben machen, wenn er ihnen sich ganz anvertrauen würde. Und dann blutet mein Herz, da ist ein Mensch, der zum Ebenbild Gottes geschaffen wurde und ist total entstellt vom Zerbruch und von der Grausamkeit der Sünde. Ich durfte mal mit einem jungen Mann beten. Er hatte dort gebettelt um ein paar Almosen und ich habe gesagt, du, ich bin nicht gekommen, um dir da einen Euro reinzuschmeißen, sondern ich möchte mit dir beten. Und dann habe ich mich neben ihn gekniet und habe ihm meinen Arm genommen und habe gesagt, wie heißt du eigentlich, Junge? Und dann hat er mir seinen Namen genannt. Und dann habe ich gesagt, darf ich für dich beten? Und dann habe ich einfach nur gesagt, Herr Jesus, kümmere dich hier um ihn. Ich weiß nicht, was in seinem Leben passiert ist, aber ich weiß eins, wenn es einen gibt, der ihn hier rausholen kann, dann bist du es. Und plötzlich merkte ich ein Zittern in meinen Arm und der Typ, der hat geweint wie ein kleines Baby. Ich sage, habe ich was falsch gemacht? Nein, du bist der erste Mensch, der den Arm um mich legt und für mich betet. In welcher Welt leben wir? Ich bin in vielen schwierigen Situationen gewesen mit straffälligen jungen Leuten. Ich habe mal einen jungen Menschen gehabt, den durfte ich so ein bisschen coachen. Die Sozialpädagogen haben alle gesagt, mit denen komme ich nicht mehr klar. Und ich habe gesagt, schick ihn zu mir. Nicht, weil ich das kann, ich wusste, ich habe Jesus, der kommt mit ihm klar. Das war ein ziemlich aufmüffiger Junge, eine Energie, Wahnsinn. Und ich habe gebetet, Herr, was kann ich mit ihm machen? Und dann war das, als wenn der Herr sagt, liebe ihn einfach und vertraue ihn. Gib ihm Aufgaben. Zeig, dass er wertvoll ist. Ich habe gesagt, Junge, ja. Ich sage, hirst du die Pfeife? Was soll ich denn damit? Ich sage, die sprinten von da bis da und du bist der Chef, okay? Mach ich. Okay, Chef. Stand er da, die haben gespurtet, viel besser als bei meiner Ansage. Unfassbar. Und so durfte ich ihnen Stück für Stück Verantwortung übergeben. Nach vier Wochen kam der Lehrer zu mir mit einem ganz merkwürdigen Gesichtsausdruck. Ich dachte, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich fliege wahrscheinlich jetzt hier oder so. Was haben sie mit denen gemacht? Ich sage, Herr Jesus, steh mir bei. Was denn? Was haben sie mit den Jungen gemacht? Ich sage, sie müssen schon konkret werden. Wie haben sie das geschafft? Ich sage, was meinen sie denn überhaupt? Ich erkenne den Jungen nicht mehr wieder. Ach so, sie meinen den und den Jungen. Sie wissen, ich bin ein Christ. Ja, das weiß ich. Ich sage, ich habe ihnen einfach versucht, diese Liebe Gottes weiterzugeben, weil er ein wertvolles Kind ist und weil er zum Ebenbild Gottes geschaffen ist und weil ich weiß, dass Jesus sein Leben für ihn gegeben hat. Deswegen ist es meine Pflicht, ihn zu lieben. Und ich bin dann zu den Jungen gegangen. Er wurde dann in eine andere Schule versetzt und dann habe ich ihn, das war eine Zähne, die hat mich sehr bewegt in meinem Leben, dann habe ich ihn so vor mir stehen gehabt und ich habe ihm einfach gesagt, darf ich dich mal umarmen? Gerne, Chef. Drückt er mich und dann habe ich gesagt, weißt du, Junge, weißt du, dass Jesus dich über alles liebt? Du bist von Gott geliebt. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Und ich kann dir nur eins sagen, Gott kann aus deinem Leben Großes machen. Du bist ein großartiger Junge. Du hast Fähigkeiten, die du selbst noch gar nicht weißt. Vertraue dich diesem Jesus, denn wirst du Wunder in deinem Leben nehmen. Und plötzlich fängt er an, zu heulen. Ich dachte, das habe ich mir jetzt schon wieder verkehrt gemacht, der Jesus. Da sagt er, Herr Rosenberg, Sie sind der erste Mensch, der mir sagt, dass ich wertvoll bin. Darf ich sagen, in welcher Welt leben wir? Der arme Kerl war ungefähr 14. Der hat 14 Jahre nie von jemandem gehört, dass er wertvoll ist. Das läuft verkehrt. Und wir dürfen ihn, solche Menschen, sehen, mit Jesu Augen. Den Andreas, den liebe ich. Jedes Mal, wenn der in der Bibel vorkommt, dann führt er Menschen zu Jesus. In Johannes 1, 40, 42, dort steht, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und er führte ihn zu Jesus. Weißt du, dass das eigentlich unsere christliche Hauptaufgabe ist? warst du schon mal dabei, mit Menschen auf die Knie zu gehen? Das ist das Schönste, was es auf Gottes Erdboden gibt. Wenn Menschen den ganzen Dreck und Ballast ihrer Sünde zu Jesus bringen. Ich werde uns gleich dazu noch ein paar Dinge sagen. Ich glaube, dass dieser Spruch entscheidend ist. Gerettet sein bewerbt Retter sind, oder? Bist du dir eigentlich bewusst, aus was dich der Herr rausgerettet hat? Du warst, genau wie ich, auf dem Weg direkt in die Hölle. Und dann kam Jesus. Und plötzlich ist alles neu. Und du hast eine ganz andere Lebensperspektive. Ich hoffe, dass das mit dir Macht im Herzen. Für diesen Spruch könnte ich Luther jeden Tag küssen. Die Barmherzigkeit Gottes ist wie der Himmel, der stets über uns festbleibt. Unter diesem Dach sind wir sicher, wo auch immer wir sind. Mit dem Satz kann man sterben und leben. Das ist es, was uns trägt. Wo wärst du? Wo wär ich? Ohne Gottes Barmherzigkeit. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Apostelgeschichte 1, 6 bis 8. Der Herr ist kurz vor der Himmelfahrt und dann fragen die Jünger etwas. Und dann sagt Jesus etwas in Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und in den letzten Winkeln der Welt. Ich möchte heute dazu eine Auslegung geben, was es bedeutet für uns als Gläubige. Jerusalem, das war die Heimatstadt der Juden. Das ist ein Bild für die Familie. Du musst zuerst in deinen eigenen vier Wänden ein glaubhaftiger Zeuge Jesu sein, bevor es rausgeht. Tante Gertrud hat immer gesagt, Christian, mein Junge, halt dir den Rücken frei. Das ist das, was sie meinte, dass wir nicht hier den Frau Max machen und zu Hause hängt der Segen nicht nur schief, so ist gar nicht mehr da. Wenn ich wissen will, wie du wirklich bist, dann muss ich deinen Ehepartner mal fragen oder deine Kinder, die jeden Tag mit dir zusammen sind. Das ist der erste Punkt und da versagen viele. Fang ab heute an, in deiner Familie wieder Zeuge zu sein. Judäa, das war in der Nähe von Jerusalem, das ist ein Bild für die Verwandtschaft, das ist der nächste Radius. Ich hoffe, dass du in deiner Verwandtschaft auch ein Zeuge Jesu bist. Samarian, Juden mochten die nicht so unbedingt. Das ist ein Bild für Leute, die wir nicht mögen. Es gibt Menschen, wo du sagst, ja, dein Bruder, ja, er ist wiedergeboren, aber würdest du zusammen mit, ich habe keine Zeit. Kennt ihr das? Aber auch in Samarian müssen wir Zeugen sein. Das sind unsere Schleifsteine. Wir werden in der Ewigkeit den Herrn Jesus am meisten danken für die Menschen, die uns richtig auf die Nerven gegangen sind, weil die Menschen haben dafür gesorgt, dass wir geschliffen werden in das Bild Jesu. Wenn du wissen willst, wie deine Geduld ist, dann schickt Jesus dir am Arbeitsplatz oder im Studium ein, der dir morgens bis abends nur auf die Nerven geht. Du sagst, Herr, könntest du den vielleicht vorher in den Rücken? Ich bin barmherzig, auch mit feurigen Wagen wie Elia im Himmel, aber nimm ihn doch bitte von mir. Und das Letzte, bei den letzten Winkeln der Welt, das ist überall, überall, wo du hingehst. Jetzt komme ich zu dem Thema, wo ich ein bisschen was sagen möchte. Mit Jesus im Gefängnis. Josef war im Gefängnis. Aber wisst ihr, was dort steht in 1. Mose 39, 20, 21? Der Herr war mit Josef. Ich habe das immer wieder erlebt, wie Gott nicht aufhaltsam ist. Man kann ihn nicht aufhalten. Hier hat mein Beamter gesagt, die Bibel bleibt hier. Ich sage, wieso darf ich meine Bibel nicht reinnehmen? Da steht zu viel drin. Ja, ich habe da so eine Kritzelein und dann ist es gut, wenn man Bibelverse auswendig weiß. Ich sage, Mensch, warum habe ich auch heute meine Studiumbibel mitgenommen? Ja, die bleibt hier. Ich sage, alles klar, habe ich verstanden. Und ich bin da gegangen und ich habe gesagt, Herr Jesus, aber du kommst mit. Die können uns die Bibel nehmen, aber nicht den Herrn. Und das habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen dort verzweifelt waren. Übrigens, der Sohn Hiskias in 2. Chronik 33, 11 bis 13, der Manasse, einer der größten Götzen, die in Israel je erlebt hat. Da steht etwas, was mich immer wieder bewegt. Da ließ der Herr, die Herrführer des Königs von Assyrien, über sie kommen. Sie fingern Manasseh mit Haken, banden ihn mit zwei ehrenden Ketten und führten ihn nach Babel ab. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott an und demütete sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, sodass er sein Fleherne hörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasseh, dass der Herr Gott ist. Manchmal muss Gott einen erst richtig in den tiefsten Tiefen des Lebens führen, bis der Mensch endlich nach ihm schreit, zu ihm schreit und aufwacht. Ich habe im Gefängnis Leute gehabt, auf die hat keinen Pfefferlink jemand gesetzt. Schwerstverbrecher. Muss ich euch mal eine Geschichte noch erzählen, bevor ich da hinkomme. Ich war ganz 1997 das erste Mal im Gefängnis. Also nicht ich war im Gefängnis, weil ich irgendwas angestellt habe. Aber ich durfte dort das erste Mal einen Dienst tun und komme dort ins Gefängnis rein und habe Jugendarbeit gemacht in der JVA Hannover Sand. Und der Pastor sagte so, ich habe hier eine Jugendgrube, können Sie mal leiten, ja, dann gucke ich mir die ganzen Jungs da an. Waren schon nicht so ganz leicht da, so zu sein. Und da ist ein Junge, der guckte mich nicht in die Augen, guckte mal auf den Boden. Alle anderen guckten mich so an, ja, und ich habe gemerkt, er guckte mal auf den Boden. Und ich habe gesprochen und deswegen das weiße Blatt. Ich habe am Ende der Predigt gesagt, Jungs, hört jetzt mal bitte zu. Der wichtigste Teil des ganzen Abends. Was ist das hier? Wisst ihr das, was das ist? Ein weißes Blatt Papier. Wenn du mit Gott lebst, wenn du dich bekehrst, gibt er dir ein weißes Blatt. Er löscht die ganze Schuld deines Lebens aus. all den Dreck, den du darauf gemalt hast in deinem Leben. Durch sein Blut wird es weiß. Und jeden Tag, den du mit Gott lebst, darfst du von ihm morgens, wenn du aufwachst, dir ein weißes Blatt abholen. Wir haben einen Gott, der Neuanfänge. Wir haben einen Gott, der dir jeden Tag sagt, wir beide können noch mal neu starten. und danach haben wir Kaffee und Kuchen gehabt und dieser Junge, der immer auf den Boden guckte, der saß dann irgendwann neben mir. Ich habe mal eine Frage. Ich sage immer aus damit. Meinst du das ernst? Ich sage, was? Das mit dem weißen Blatt? Ja. Aber du weißt nicht, was ich angestellt habe. Ich sage, wenn du mir das nicht sagst, also Warsagerei möchte die Bibel nicht haben und so, müsstest du es mir schon sagen. Ich habe zwei Menschen umgebracht. Ich kann nachts oft nicht schlafen und ich weiß nicht, wohin. Kann Jesus mir das vergeben? Ich sage, ja, wenn du von ganzem Herzen bereust, wenn du ehrlich zu ihm kommst und sagst, Herr, ich habe fürchterlich gesündigt, aber ich verlasse mich darauf, dass du wirklich am Kreuz mich einlädst. Ist das wirklich so, dass du für alle Sünden in der Welt gestorben bist, auch für meine beiden Morde? Und dieser Junge ging dann aus dem Zimmer raus. Ich weiß bis heute nicht, was er gemacht hat. Er sagte, ich mache mir Gedanken darum und ich habe dann nie wieder von ihm was gehört. um Mitternacht, Apostelschichte 16, 25, jetzt kommt die Knasterfahrung der Bibel. Um Mitternacht, da beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Um Mitternacht ist in der Bibel oder generell, ist ein Bild der tiefsten Nacht. Das ist ein Bild für uns, wenn wir so richtig am Boden liegen. Vielleicht hast du das auch in deinem Leben schon mal erlebt, dass du am Tiefpunkt deines Lebens warst und plötzlich hat der Herr dir so viel Kraft gegeben. Wann machen wir die meisten Erfahrungen? Wenn ich jetzt ein Mikro hätte, wann hast du Jesus am innigsten gespürt in deinem Leben? Wann war dein Gebet am echtesten? Warst du nicht da, wo du völlig am Boden warst? Wo du kein Pfefferling mehr gesetzt hast, dass deine Situation sich ändert? Ich habe Jesus in meinem Leben sehr intensiv oft erlebt. Ich war oft gesundheitlich. Ich darf nachher den Flyer mal auslegen und dann dürft ihr ihn mitnehmen. Da habe ich mein Leben mal ein bisschen aufgeschrieben, was ich gesundheitlich... Der hat ein Wunder getan und tut jeden Tag ein Wunder bei mir. Jesus war mir nie so nah, als wo ich dort eine Botschaft hörte, sie haben zwei unheilbare Krankheiten. menschlich gesehen eine Katastrophe. Geistlich, jetzt hört genau zu, das meine ich ernst, was ich sage, geistlich das Beste, was mir je passiert ist. Ich war nie wieder in meinem Leben so nah am Herrn wie in dieser Situation und der Herr hat mich so abhängig gemacht. Ich habe eine Krankheit, wenn ich morgens aufstehe, dann ist das so, wenn ich sage, Herr, danke, dass ich gehen darf, dann ist das wirklich ein Wunder. Wenn du gesund bist, dann sagst du, ja, danke, dass ich gesund bin, aber kannst du eigentlich auch aufnehmen und morgens wieder dann immer eine Dauerschleife machen. Aber wenn das wirklich eine Gnade ist, dann bist du dankbar über das Leben. Dann hast du eine andere Beziehung zu ihm. Dann merkst du, wenn alles nicht mehr greift, ist er da, dann greift er mich. Als ich damals im Untersuchungszimmer war und sie mich untersuchen, ob diese Krankheit gestreut hat, das wäre ein Todesurteil gewesen, dann war es abhängig von diesem Bild. Ich war in diesem Scanning und in zehn Minuten wusste ich, entweder ich darf noch leben oder ich bin in drei Wochen tot. Tolle Situation. Da kann ich nur eines sagen. Ich kenne auch ein paar Bibelfände auswendig. Ich war so angegriffen, dass ich keinen Bibelfest mehr kannte. Ich hatte so eine Panik. Und dann habe ich mich an den alten Bruder Willem Busch erinnert. Der hat gesagt, ich war damals in meiner Gefängniszelle so angefochten, ich wusste keine Bibelstelle mehr. Und dann habe ich gewimmert wie ein kleines Kind. Jesus, Jesus, Jesus. Und genau das habe ich gemacht in dieser Zelle, in dieser Umkleideraum, wo ich dann warten musste. Und das war, als ich den Weg dorthin ging und der Arzt in diesem Zimmer saß, da wusste ich, gleich bekomme ich mein Urteil. Leben oder sterben. Ich habe noch zwei Kinder, Enkelkinder und so. Ich war bereit, aber ich dachte, Mensch, wie die Kinder. Und in dem Moment sagte ich, das war wirklich so, ich kann es euch nur so sagen, das war Jesus neben mir und sagte, alles gut. Die Krankheit bleibt, aber ich sorge dafür, dass du lebst. Der Professor macht die Tür auf. Ich habe wahrscheinlich gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Der hat gesagt, was ist denn mit Ihnen los? Wissen Sie schon mehr, als was los ist? Ich sage, ich glaube schon, dass ich weiß, was los ist. Na, was ist denn los? Ich sage, ich glaube, dass ich noch leben darf. So ist das. Aber können Sie mir bitte sagen, woher Sie das wissen? Dann habe ich natürlich auch wieder eine Situation gehabt, wo ich mit diesem Mann sprechen durfte. Aber das habe ich oft erlebt in Mitternacht, im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Jedes Mal, wenn ich ins Gefängnis reingehe, ist das meine Motivation. Jesus, du bist da. Ich gehe da rein und will diesen Menschen etwas geben und ich weiß, dass du bei diesen kaputten Menschen bist. Wenn ich dann ins Gefängnis reingehe und die Leute, die gucken mich auch so an wie ihr, vielleicht manchmal ein bisschen böse, aber es sind Menschen wie du und ich. Mit einer anderen Biografie vielleicht, ja, aber das gleiche böse Herz. Aber die Botschaft bleibt. Ich sage, Jungs, ich da rein kann, was meint ihr, wer hier von euch der Schlimmste ist? Ja, das ist Egon hier. Ich sage, Egon, hör bloß auf, Junge, wenn du meine Geschichte kennst. Ich sage, der hat von sich gesagt, er war der Schlimmste. Was? Schlimmer als Egon? Ja, schlimmer als Egon. Der Paulus sagt zum Beispiel, er ist der größte Sünder. Und dann gibt es einen, der haut selbst den Paulus noch in die Ecke. Der haut den größten Massenmörder in die Ecke. Wer soll das sein? Das kann ich dir zeigen. Jesus am Kreuz. Niemand, niemand hat jemals so die Sünde erleben müssen, wie Jesus am Kreuz. Er wurde zur Sünde gemacht. Das ist ein Unterschied, Geschwister. Er hat nicht nur ein paar Sündchen getragen. Er wurde zur Sünde, sagt Paulus. Jesus am Kreuz, der verfluchteste Mensch, der je auf Gottes Erdboden lebte. Und er hing am Kreuz als Bild, verstoßen vom Himmel und verstoßen von den Menschen. Zwischen Himmel und Erde hing unser Heiland. Und weil er für unsere Schuld bezahlt hat, Egon, darfst du auch kommen. Das habe ich noch nie gehört. Das wusste ich nicht. Ich sage, deswegen bin ich hier. Und dann noch eine Sache, ist auch wichtig, ihr habt mit den Gefangenen mitgelitten, betet ihr für Menschen, auch für Leute, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis sind, gibt es hier ganz viele Menschen. Bitte betet für sie. Open Doors macht dort viel Arbeit, ja, besuchen Gefangene. Leute, wir sitzen hier, alles schön temperatiert, Temperatur und alles, ja, alles wunderbar bei uns hier. Wir haben lecker gegessen. Es gibt Menschen, die sitzen in so einem elenden Knast irgendwo, ja, getrennt von ihren Kindern, von der Frau, zusammengeschlagen, nur weil sie Jesus lieben. Lass uns für sie beten. Bete für sie. Sag, Herr, ich kann jetzt nicht dahin, vielleicht in Kolumbien oder in Russland irgendwo, in irgendwelchen Gefängnissen, aber du bist da. Jesus, gib diesen Brüdern und Schwestern, gib ihnen Kraft. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit ins Gefängnis. Ich möchte noch ein Erlebnis sagen. Ich war im Gefängnis und ich durfte eine Weihnachtsbotschaft bringen, ich werde das nie vergessen. Da sah er voll mit Leuten, alles ohne Brecher, ja. Ich dachte, Herr Jesus, wenn die hier ausflippen, dann brauchst du nicht ein Rücken, dann bin ich bei dir. Und dann habe ich gepredigt und habe die Botschaft gebracht, Jesus ist da für dein Leben, du kannst mit ihm nochmal ganz neu beginnen. Da war ein Typ, ich weiß nicht, ob du durch die Tür gepasst hättest, zwei Meter, zwei Meter auf zehn, schätze ich mal, 150 Kilo, so ein Kerl. Der saß zuerst da, der kam immer dichter. Ich habe gesagt, Heiland, du hast doch versprochen, dass du bei mir bist. Und danach saßen wir da und plötzlich, als der Dichter kam, habe ich gemerkt, sind drei Schließer direkt vor mir gewesen. Ich dachte, der muss ganz nett sein. Und er saß da und kam immer dichter und zum Schluss waren dann die drei bei ihm und er sagte, Pastor, hast du mal Zeit für mich? Ich sage, wann? Könntest du mich mal besuchen? kommen? Ich sage, mache ich. Wann? Sag wann? Morgen? Übermorgen? Ich sage, ich rufe an, wenn ich da hin kann. Übernächsten Tag durfte ich dort rein. Komme an diese Tür und plötzlich sind zwei Schließer dort, ja, sagen, wo wollen Sie hin? Sie wollen ja, haben wir das Termin. Alles klar, Sie gehen in den Raum. Dann sagt die Überwachungskamera, alles sagt, nö, ich sage, da gehe ich nicht rein, weil ein Beamter war da noch drin, noch ein Beamter davor. Ich sage, mache ich nicht. Herr Rosenberg, hören Sie doch bitte mal jetzt auf uns und Sie gehen bitte mit dem Mann da rein. Ich sage, werde ich auf keinen Fall tun, weil ich mit dem Mann in die Seelsorge gehe und er wird sich nicht öffnen, wenn irgendeiner da ist. Das können wir nicht erlauben. Ich sage, ich verweigere dann den Dienst, ich bleibe hier stehen, ich gehe mit dem Mann alleine in den Raum. Dann haben die da diskutiert, ich kannte den Anstaltsleiter, der ist dann nochmal gekommen, sagt, ist das okay, wenn die Tür so ein bisschen und weit ist. Das ist okay, aber weg davon. Das ist Seelsorge. Okay. Bin ich da rein, da saß der Kerl da und dann habe ich mit ihm ein Gespräch gehabt, so zehn Minuten und plötzlich habe ich ihm ein paar Bibelstellen vorgelesen und plötzlich fängt er an, vor mir, auf dem Tisch wie zusammenzubrechen. Ich habe gedacht, er hat einen Kreislauf zusammen, wo ich sage, ist alles gut bei dir? Und dann habe ich gemerkt, dass er einen Wein gekrampft hat. Der hat zehn Minuten durchgehöhlt. Ich konnte, ich habe nichts verstanden, er hat immer was gesagt, ich habe nichts verstanden. Ich stand nur da, habe gesagt, Herr, erbarme du dich. Und dann plötzlich greift er meine Hand, der kam da weg, ich sage, alles gut, bleiben Sie draußen, ist alles gut, ist überhaupt nichts los, alles gut, bleiben Sie bitte da. Ja, nimmt er meine Hand und sagt, kann Jesus mir alles vergeben? Ich sage, kann er, zu 100 Prozent. Wie mache ich das? Ich sage, das machen wir jetzt, sie gehen beide auf die Knie. Dann bin ich mit den runter, die Werder standen so in den Spalt, immer aufstanden und haben immer geguckt, wir lagen da auf den Knien und dann hat er eine Lebensbeichte gemacht, das will ich nie vergessen. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so wie Sünden auch wusste noch. Und wir haben dann irgendwann Amen gesagt, der Mann ist aufgestanden und ich kann das wirklich nur so sagen, es war so, als wäre er wirklich, als wäre er wirklich ein komplett neuer Mensch. dieses Vergrämte, er hat ein ganz anderes Gesicht gehabt, die ganz anderen Augen und hat sich so bedankt. Ich durfte dann mit ihm noch so ein gutes halbes Jahr, durfte ich mit ihm noch Bibelarbeiten drinnen machen und ist dann rausgekommen und ist dann irgendwann glaube ich nach München sogar gegangen und das wollte ich einfach euch so mal sagen. Wisst ihr, wie der Herr das so führt und dann beim nächsten Besuch durfte ich dann mit den Anstaltsleiter sprechen, sagt der Rosenberg, die sind ja schon echt ein Kerl. Ich sage, wieso bin ich ein Kerl? Sie haben schon echt Mut. Ich sage, sie müssen schon mal konkret waren, wieso habe ich Mut? Ich bin hier im Gefängnis, das ist in meiner Augen. Ne, das meine ich nicht. Ich meine, dass sie bei denen und denen da waren. Sie wissen schon, warum wir da mit drei Beamten waren. Ne, ich sage, die haben mich nur genervt. Ne, ne, sie haben das glaube ich gar nicht verstanden. Ne, ich sage, dann erklären Sie mir das doch mal. Das kann ich Ihnen erklären. Der hat reihenweise die Leute da halb totgeschlagen drin. Und deswegen haben wir uns zu Recht Gedanken gemacht, dass sie da drinnen nicht mehr lebend rauskommen. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Knie plötzlich weich wurden und dass ich nur gesagt habe, vielen Dank, Herr, dass du mir das jetzt erst sagst. Wisst ihr, vielleicht war das der Schlüssel. Das war mir eine Botschaft. Ich habe diesen Kerl nicht in eine Schublade reingepackt. Ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, Jesus hätte es gewusst, wäre ich da gar nicht reingegangen. Und deswegen hat der Herr das nicht zugelassen. Und das Letzte, mit Jesus im Ghetto, der Gestrandeten. Ich möchte euch einfach zum Schluss nochmal an Abraham erinnern, der für Sodom und Gomorra gerankt hat. Der stand nicht vor Gott und hat gesagt, Herr, das ist doch richtig so. Du musst diese Sodom und Gomorra vernichten, diese Sünder, was sie sind. Steht das da in der Bibel? Kann ich nicht sehen. Der ist in den Riss getreten, hat gesagt, Herr, wenn da 45, 40, 35, 30, 20. Was wir brauchen, sind Männer und Frauen, die eintreten vor Jesus für die gefallene Menschheit. übernimm du heute den Dienst von Abraham und fang ab heute Abend an, jedes Mal zu beten für deine Stadt. Herr, hier sind Sünden, die schreien zum Himmel, aber bitte erbarm du dich über Hannover. Geh durch die Straßen, durch die Gassen, rette sie, rette die Menschen. Ich flehe dich an. Hier ist unser Zuhause, unser Familienbildungszentrum im Blankeneser Gegend. Ja, Lukas 14, 22, 23, geht auf die Landstraßen draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen, dränge die Leute. Wir leben hier in diesem Bereich und wenn ich da eine Umfrage machen würde, wie viele Menschen sich da schon das Leben nehmen wollten, dann gruselt es ein. Aber genau da muss das Licht Gottes rein. Je dunkler es wird, desto mehr braucht es Licht. Betet für unsere Arbeit. Betet. Wir sind dort einmal im Monat direkt draußen mit Gitarren unterwegs und dann singen wir für den Herrn und verteilen Traktate. Und langsam dürfen wir Frucht sehen. Letztens ist ein Mann reingekommen, man muss ja so ein bisschen seid listig wie die Schlangen ohne falsch wie die Taube. Und dann habe ich so gesagt, wenn du morgen kommst in den Gottesdienst, dann singe ich ein Lied. Ja, ich dachte innerlich, soll ich beten, dass er kommt oder nicht? Nein, ich habe natürlich gebetet, dass er kommt. Und er kam rein. Und ich sage auch so zu ihm. Hin auf ihn. Ich sage wunderbar, dass du da bist, mein Lieber. Und ich habe natürlich Wort gehalten. Wir haben ihm dann ein Lied vorgesungen. Er war sehr bewegt. Und so kann Gott auch diese Menschen dort erreichen. Wir hatten hier sehr viel Selbstmorde auch schon, wo Leute sich runtergestürzt haben. Und es ist kein leichtes Pflaster. Betet bitte für Ostdorf. Ja, für unsere Region, wo wir sind. Hamburger Westen, die Leute brauchen Jesus. Und wir möchten mit Gottes Hilfe ein Stück weit dazu beitragen. Amen.